Mal machen wir den Tiefen. Was ist denn Leipzig? Ich bin aber süßig vor dem Haus. Leipzig? Das ist der erste Moment. Ja, überwürdig! Könntest du dich noch machen, oder? Leipzig? Du hörst auf der Kühlschule. Leipzig? Leipzig? Ja, von Leipzig. War ich auch schon her. Leipzig? Wie ist das・・・ Leipzig? Ja, zuerst das? An den Landmarkteuern. Ja, hier ist halt der Rade-Arnold-Bäude. Sie sind auch im Rade-Gebäude. Ja, der Leipzig hat heute Rundung. Also Lied 좋아. Also ich bin jetzt auf der Leipzig außerhalb. Äh. Ja, auf der Leipzig ist auch so. Warum? Das war's für heute. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir können nur mal vorbei fahren, dann. Aber reichen nur noch. Oh nööööööö. Ich war das passiert, ne ne ne. Ich bin auch schrecklich, ich hab meinen Hälschner. Ich hab noch heute so viel gekauft. Ja, es war aber auch gerade hier reden worden, ja. Ja, gut, aber wenn der immer zu ehrlich ist. Ja, ich war auch. Das hier alles an ich? Ich war auch nur mit dem Dixen. Und versucht rauszutauschen. Ja, fände ich rauszutauschen. Das ist eine andere Laufkratze. Ich meine, kommt zum Arme? Ja, das ist den großen Anstörner. Tja. Ja, was ist das? Nuller. Und ich hatte aber nichts verwechselt. Das ist der Ausmaßgeräte. Das ist der Laufkratzer. Das ist der Laufkratzer. Alter, das ist doch unser Arme. Ja, das ist der Laufkratzer. Ausmaß. Laufkratzer. Da rumkratzer. So. ... Sarager. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020